Im heutigen Video konnten wir verkleidet als Adler durch Los Santos fliegen und dabei die Spieler einfach so im Vorbeiflug kidnappen. Besonders geil wurde es aber erst, als wir unsere Spezialfähigkeit austesten konnten. Den Granatenhagel. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie so viele Leute auf einmal im RP getötet und, ja, OOC, Matt gemacht. Diese Art von Videos sind tatsächlich geisteskrank aufwendig. Deswegen wäre es ganz cool, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr mir das auch zeigt, indem ihr dem Video hier einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr neue Zuschauer seid oder auch einfach faule Zuschauer, dann checkt doch bitte mal ab, ob ihr vielleicht meine Videos konsumiert, ohne dass ihr den Abo-Button aktiviert habt. Das ist nämlich eine Sünde. Also, abonnieren, sonst klaue ich deine Nieren. Kajo Perico. Drittes Mal, dass ich diese Aufnahme jetzt schon starte, weil irgendwas immer nicht funktioniert hat. Aber jetzt funktioniert alles. Diese Insel wird gerade auf dem Server vergeben. Das heißt, alle Leute von allen Gruppierungen, Fraktionen und Clans und so weiter kommen auf Kajo, weil diese Insel verteilt wird. Also, aufgeteilt und so ein Kram. Ja, und ich wurde informiert, dass das halt heute passiert. Und deswegen bin ich hier. Als Taube. Als Adler. Oder Falke. Oder was auch immer. Ja, und wir können ein paar spezielle Sachen machen. Also, ich kann Leute kidnappen, ja. Und ich kann, ähm, Granaten scheißen. Also, hier, guckt genau hin, ja. Scheiße jetzt Granaten. Genau. Ich probiere jetzt mal, einen da unten zu kidnappen. Ich will hier irgendeine Wache kidnappen. Eine dieser Wachen. Guck mal, wie sie da schon stehen. Digga, what the fuck, Digga? Hä? Ich bin... Ich bin gegen den Zaun. Nein! Ich bin gegen den Zaun geflogen. Der Zaun war noch unsichtbar und ich habe aus Versehen eine Granate gedroppt. Scheiße. Egal, kidnappen wir die nächste Wache. Hey, der hat sich entcarried. Verdammte Scheiße, egal. Wo ist denn der Rest von der ganzen Truppe? Hier waren ganz viele Leute. Haben die sich jetzt alle auf der Insel verteilt? Also, hier sind ganz viele. Was machen die denn hier alle, hä? Ah, okay. Okay. Alle vom Golf-Kartell also, ja? Alle vom Golf-Kartell. Junge, die haben sich sogar richtig verteilt. So wie Wachen halt. Ich gehe da jetzt hin und ich klaue den einfach. Ich will den da. Den will ich. Digga. Ja. Oh nein. Digga, er hat mich. Der schmeißt mich... Digga, Robin, mach den mal weg. 111 ist der. 246 ist der Typ. Der fliegt mich ins Wasser. Das ist ein Admin, der kann meine ID lesen. Du Opfer, Alter. Es wissen leider nicht alle Admins Bescheid, was ich hier tue. Deswegen denken die ich modde und sie bannen mich. Ein paar Sekunden später. Also, neuer Tag, neues Glück. Oha, da ist eine ganze Menschenversammlung. Ich muss irgendeinen da rausklauen, der alleine steht. Weil die versammeln sich ja alle da oben drin. Eine dieser Wachen wäre halt geil. Eine dieser Wachen, maybe. Ich probiere das jetzt einfach so im Sturzflug. Hey, wo ist der hin? Der ist einfach despawned. Der ist einfach despawned, der Typ. Hä? Der hat mich ins Admin-Gel. Das ist ein Admin. Irgendwann später. Schnell nach Kayo. Wo ist Kayo Perico? Ah, wunderbar. Egal, dann klaue ich halt einfach jetzt einen anderen von dem Golf-Kartell. Sind ja zum Glück genug Leute da. Oha, wie viele, Junge. Aber ich muss mit den Wachen halt anfangen. Die Wachen müssen zuerst gecatcht werden. Dann hat man halt auch eine Woche lang so immer was zu tun. Eine Woche Pause, wo es nur auf der Pflege geht, weißt du? Redet der über das RP? Irgendwas zu mäßig. Digga, Hilfe. Äh, Entschuldigung. Ja, Rusty, hol mich mal runter hier. Der Vogel klaut mich. Digga, ich bin gleich über dem Meer. Warum? Ich hab den nicht mal losgelassen. Der hat sich selber losgelassen. Der hat mich schon wieder ins Admin-Gel gesteckt. Derselbe Atmen wie eben. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Ich fliege halt jetzt einfach da oben in das Haus rein. Weil da sind alle drin. Genau da. Genau diesen Typen werde ich jetzt holen. Warte, ich glaub, das war der Streamer, oder? Hab ich jetzt zufällig den Streamer erwischt? Er hat bestimmt den Bombenbesten ausgedrückt beim Herfliegen. Entschuldigung, entschuldigung mich. Hey, was ist passiert? Willst du mich arschen? Was ist passiert? Was ist das? Ey, eine Vogel hat mich genommen. Was? Ey, der Don wurde entführt. Wo bist du genau? Ich komme raus. Was ist das hier für eine Sicherheit, Arbano? Ich bin Helge über einer Küste. Ihr war eine Möbe. Ich bin hinter, sozusagen hinter die Anwesen am Wasser. Hinter das Anwesen am Wasser. Könnt ihr euch kümmern drum, bitte? Oh. Helge, hör auf mit der Scheiße jetzt. Ich bin ein Vogel. Die kommt jetzt weg. Ich bin ein Vogel. Geht weg. Wer bist du denn? Ich mache Vogel-RP. Ah, 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 ah. Ach, komm, Digga. Reicht doch. Ich bin nicht am Modden. Lass es. Später. Der hört nicht auf. Eine Ewigkeit später. So, ich fliege jetzt und nehme mir diesen Typen da. Äh, du kannst... Hä? Oh nein. Mal den ab. Hä? Wie, der hat sich selber befreit? Was ist das denn? Digga. Ey, die scheiß Böwe, Mann. Yo. Die werden die ganze Zeit weg tippelt vom Atmen. Bro, reicht doch. Hä? Guck mal, wie viele hier auch einfach sind. Und schon wieder. Äh. Also, noch bin ich mit Absicht nicht da reingeflogen. Noch bin ich mit Absicht nicht reingeflogen zum Streamer. Aber so langsam reicht es auch. Guck mal, da oben fliegen sie schon alle. Ich fliege jetzt in den Streamerraum rein. Nee, leider nicht. Kakao. Was ist Zyndest jetzt? Hallo. Können Sie mich schon mal wieder runterbringen? Okay. Hallo. Das war unsichtbar. Hat mein Kollege auf den Holter genommen und hat den weggetragen. Bis das Meer raus. Hallo. Hallo. Das Feuer da oben vorbei ist, dann holen wir sie hoch. Hallo. Hallo. Also, wie es sich anhört, ist die Luft gleich rein. Die Luft ist rein. Oh, nee, ey. Ey. Ich erschieße dieses Vieh gleich. Oh, eine Frau. Ich nehme sie mit. Ah. Ah. Ah, ah, ah. Hallo. Hallo. Ich werde entführt von einer Taube. Nö, wir wurden gerade zusammen ins Atmen-Gel gesteckt. Hallo. Denkst du jetzt mal an, wir gehen die Schilder auf. Ach, du Scheiße. Die sind alle tot. Die sind fast alle tot. Was ist denn da passiert? Oh, was ist denn hier passiert? Alle tot. Sobald ihr eine Taube seht, schießt ihr auf die. Sind sie sich sicher, ja? Also, würde ich jetzt wirklich Arschloch sein? Dann könnte ich da einfach Granaten reinkacken. Aber das will ich ja nicht tun. Probieren wir es noch einmal. Als Taube im RP. Äh, als... Ach, ich sage die ganze Zeit Taube. Das ist keine Taube, Mann. Das ist ein Adler. Sieben, acht Minuten. Sollte kein Medic. Auffindbar sein. Ich schmeiße den Zmärmverfett an die Fische. Schieß sie ab. Nein, nein. Ich bin ein Adler. Hören Sie auf. Ja, perfekt. Lass den Adler in Ruhe. Der Adler ist cool. Kannst sprechen, der Adler. Kann jemand den Drotum beschießen? Ich kann den Adler nicht annehmen. Weiß ich nicht. Das hat er nicht wirklich gemacht, oder? Jetzt reicht's. Jetzt ist Granatenteim. Jetzt ist Granatenteim. Feierabend im RP. Wo sind sie? Da vorne ist die Cringe-Party. Jetzt reicht's aber. Jetzt machen wir da einen schönen, äh... Einen schönen Bomberanflug. Das ist bestimmt Marmelade und so. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gegen Deckung! Gegen Deckung! Um Gottes Willen! Ach man, wieso geht das denn jetzt nicht? Ich schwör's dir. Ich schaff's nicht. Ich bin zu dumm. So, 3, 2, 1. Und... Tada! Wie das aussah, Dinger! Kommt her, kommt her, kommt her, zur Seite. Was ist denn los, nur wieder? Wir werden angekommen, zu Seite, zu Seite, zu Seite! Ich hab das gehotbeinet jetzt. Der Hupenlohn. War das Sisko? Ja, das Sisko, Dinger. Ich verstehe auch nicht, warum das duldet, Dinger. Ich hab Sisko gepärmert, mal mit mir, gell. Ja, Dinger, wir haben den schon 50 Mal gebannt, Dinger. Ja, mir egal. Ich hab jetzt das Gefärmert, war ein Stück Scheiße. Ich hab mich weggehauen. Ey, Kollege. Der wurde grad nicht schmerzt, Dinger. Der kommt die ganze Zeit wieder, irgendwie. Ja, ist mir egal, Dinger. Ich banne den jetzt Hardware. Oh nein, ein Hardware-Bann. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Okay, reicht, ich hau ab. Reicht genug, genug. Irgendwann ist auch Schluss. Ja, okay, es ist jetzt der 10. Band. Es reicht, ist okay. Ich hab's verstanden. Wo ist denn das P.D. eigentlich? Warte mal, das P.D. ist irgendwo hier gewesen. Ich weiß es doch ganz genau. Irgendwo. Irgendwo hier. War denn das P.D.? Hier? Nee. Oha. Drei Tote. Drei Tote Nackte. Hä? Ich verstehe. Gambo-Polizei. Alles klar. Gambo-Polizei. Äh, 1, 2, 3 Haferbrei. Hä? Ich wurde von dem Vogel entführt. Lieber Vogel, bitte lassen Sie mich wieder aufs P.D. dach. Ich hab doch bitte gesagt. Bitte lassen Sie mich nicht los. Ey, ich bin das Video grad am Editen. Und warum klingt der Typ 1 zu 1 wie Kapitalbrun? Ich hab doch bitte gesagt. Bitte lassen Sie mich nicht los. Bitte nicht loslassen. Ich springe dich jetzt in mein Nest. Und die Nächsten. Mal gucken, wie viel ich da oben hinbekomme. Oh, da oben. Da oben sind Gambo-Leute. Die schießen grad gegen die Cops. Oh, beide tot. Dann holen wir doch die Cops. Ah, ah. Nein. Ah, ah, ah. Können Sie das unterlassen? Ah, ah, ah. Lassen Sie das bitte. Vogel-RP. Vogel-RP. Können Sie auch. Sie sind jetzt Essen. Springen Sie in mein Nest. Bitte nicht. Entschuldigung. Wollen Sie meine Kacka? Nein. Sind Sie sich sicher? Ich mach jetzt Kacka. Passen Sie auf. Wollen Sie auch meine Kacka? Bitte nicht. Waffenlieferungskonvoi oder was? Hallo? Hallo? Ah, ah, ah. Musst du helfen mal, bitte. Ah, ah, ah. Kein Musstie mehr. Kein Musstie heute. Ey, der hat mich durchsucht. Oh, Mann. So ein... Der hat sich selber gelöst. Der ist selber schuld. Ha, hallo? Oh, nee. Rennen wir, rennen wir, rennen wir. Kacka. Was ist mit dem da? Den holen wir. Ah, ah, ah. Was machst du? Nest. Essen. Sie finden es doch selber geil. Ah, ah, ah. Oh, nein, nein. Nicht wieder. So viele Leute im PD. Ich würde die halt gerne aus dem PD rausnehmen. Ah, da unten ist einer. Den nehmen wir mit. Sturzflug. Oh, verdammt. Da ist einer auf dem Dach. Okay, dann kommt der mir zuerst. Oha, wie viele aufs Dach gehen. Yo, yo, yo. Ah, 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 ah. Ah, verdammt, was geht? Hallo. Oh nein, ich werde von einem Vogel entführt. Oh nein. Oh nein. Sie wollen den Granatenhagel, ne? Sie wollen ihn. Bitte keine Bomben. Bitte keine Bomben. Ah. Ah. Hallo. Ah. Kannst du mich bitte runterlassen? Ah. Ey, was macht der hier? So. Da unten sind nochmal zwei neue Ziele. Sturzflug. Ihr entkommt mir nicht. Ah. Ah. Hilfe. Brr, brr, brr. Brr, brr. Wie viele, Junge. Ich habe gleich das ganze PD da oben getrappt. Auf dem Tower. Ah, komm. Noch mehr. Noch mehr. Oh nee, was ist denn? Wie kannst du mich tragen? So. Bitte, Digga. Naja, solange du die Leute da unten in Ruhe lässt. Wer bist du? Bist du Pidila oder bist du von einer Gang? Von einer Gang. Perfekt. Ich trage dich jetzt in mein Nest. Das sind zwölf Pidila. Ah, 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 ah. Verbrecher. 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 Sie sind festgenommen. Einmal mit dir die Hände um den Jungermann. Verbrecher, komm her. Verbrecher. Wo ist der, ey? Wo ist der hin? Der ist einfach weg. Verbrecher. Ja. Achtung. Nee, nee, nee. Die sind alle runtergeflogen. Hallo. Die haben einen Medic gerufen. Entschuldigung. Was wird das hier? Hallo. Das ist aber Schummel. Schummelei. Mediziner, Schummelei. Dieser Mediziner. Wo ist er? Wo ist er? Da. Mediziner, stopp. Stopp. Wird mir zu bunt hier. Stopp. Ja. Brauchen sie noch was. Sein Auto ist einfach despawned. Mediziner. Hallo. Mediziner. Oh Mann, ey. Ich bin zu alt für den Scheiß. Oh, oh. Ich hab A. Okay. Genug Pity. Genug von Pity. Reicht. Fliegen wir mal einfach so in der Stadt rum und gucken, wen wir hier sonst so erwischen. Ich meine, irgendwo müssen ja auch noch normale Leute rumgammeln. Oha, was geht hier ab? Nein, das ist meiner. Den hole ich mit. Hey. Du Scheißvogel. Lass mich runter. Nö. Oh, ey. Er kann sprechen. Ich bin ein Steroidenvogel. Oh, ich sehe schon. Oh. Wo ist er? Wo ist er? Helikopterlandung. Er hat den Helikopter eingeparkt. Bitte steig nicht ins Auto ein. Ich muss ihn mitnehmen. Nein, nicht ins Auto. Oh, nee. Ah, ah, ah. Ja, bitte. Nicht verwirrt er. Nest. Oder Nest. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, dem sollte ich tatsächlich noch ein Ei vorbeibringen, oder? Enemy spotted. Warte, nein. Ah, ah. Verpiss dich doch mal. Ah, ah. Ja, ah, ah. Verpiss dich. Du stirbst. Du stirbst. Du stirbst. Also, rauf, ja. Ich lege jetzt Eier. Achtung. Oh, oh. Achtung, Eier. Ich fliege jetzt zum PD und zwinge die, mir eine Waffe zu geben. Genau. Ich brauche dringend eine Waffe. Ich zwinge die jetzt einfach. Ich marschiere einfach rein. Oh, ah. Oh. Ah, 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 ah. Ich brauche die Waffe. Bitte gib mir eine Waffe. Waffe, bitte. Bitte Waffe. Ja. Ich habe eine Waffe. Geben Sie ihm eine Waffe geben. Oh, ach du. Bang, bang. Bang, bang. Ah, die Tauber hat einen Laufläder. Junge, das sieht so scuffed aus. Was ist das? Ey, Leute, die Pistole ist mega buggy. Ich kann die leider nicht benutzen. Ah, ah, ah. Hilfe. Sie gönn mir. Boah, weh. Ihr schießt auf mich hier voll. Sie werden meine Vogelbabys gebären. Aber ihr schießt auf mich. Hallo. Hilfe, ich werde empführt von der Taube. Ah, ah, ah. Oh Gott. Ah, ah. Scheiße, das war nicht mehr beabsichtigt. Ich wollte doch nur Laubgebläse in die Hand nehmen. Äh, der Taube. Ah, ah. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Wohin? Ins Wasser? Äh, nie, bitte nicht. Ich kann nicht stimmen. Wasser. Nein. Viel Wasser, okay. Nein. Bitte, oh. Oh, oh. Oh Gott. Ich mag es lieber mit dem Heli zu fliegen. Hilfe. Kirsche. Oh. Ich habe es durch, Mom. Ich schießt auf den Rauch. Scheiße, das machen sie mit dem Vogel. Ich habe vor mir Leben. Der soll verrecken. Ihr seid so dumm, ne? Ihr wart jetzt alle bombardiert. Ah, nein, Hilfe, nein. Oh, nein. Warum schießen sie auf mich? Ich habe nicht geschossen. Ich habe keine Waffe. Wollte sie retten? Nein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ey, Vogel, Digga. Ey, verpiss dich, Digga. Was machst du da? Lass es. Ey. Was wird das? Was meinst du? Ich kenne dich nicht. Du schießt auf mich. Warum? Weil du ein böser Taube bist. Du bist ein böser Polizist. M-m-m. Doch. Tschüss. Ey. Come on. Er hat es nicht anders gewollt. So Kopfschmerzen gerade. Oh. Hallo. Stopp. Sehr geil. Ich wollte schon immer fliegen. Ich finde die Aussicht auch sehr geil. Ja, ich merke schon. Ja, ja, die ist mega cool. Willst du mich mal loslassen, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen fliegen. Nein, gefällt mir gar ziemlich gut. Ja, schön. Danke für die Möglichkeit auf jeden Fall. Ich wollte schon immer fliegen. Kein Problem. Da ist ein Pool. Landen Sie im Pool. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss. Genau. Ich glaube, sie hat es nicht überlebt. Oh, was geht denn da für ein Film? Ist das ein Autohaus? Ich glaube, das hier ist ein Autohaus. Äh, was machen sie da? Was machen sie da? Haben sie den Garen runtergeholt? Was machen die da? Warum kriechen die auf der Straße entlang? Ah, da ist doch wieder mein Estila, der mich die ganze Zeit umschießen will. Das wird eingesch... Ach, da sind sie ja schon wieder. Hast du dich? Ja, 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 ja. Wo wollen sie hin? Nach Hause. Nach Hause, okay. Nein, nein, nein. Hey. Wir fliegen nach Hause, ja. 20 Minuten später. Junge, der wird fünf Jahre lang fallen. Hören Sie auf. Sind Sie bereit, ja? Nein. Hören Sie mal auf. Digga, wie lang fällt der? Warte, ich muss hinterher. Wo ist er? Da. Da. Da fällt er. Jetzt bin ich genauso schnell am Fallen wie er. Hallo, wie ist das so zu fallen? Oh. Ey, das ist scheiße, Mann. Ja, ist doch schön erfrischend, oder? Hey. Ich nehm sie mit, ja. Wohin geht's diesmal? Die. Wohin? P, D. M, D. Okay, auf dem Weg. P, D. Ach, S, D. P, D. Ich hör nur D. M, D. Oder S, D. P, D, P, D, P, D. P, D, P, D. Okay, M, D. Alles klar, bin auf dem Weg. P, D. P, D. Der Film? Ich find das selber lustig. Bin da, ich lass sie los, ja. Irgendwie tut er mir leid. Ich lass den nochmal reviven. Junge, was versucht der da? Hallo. Moin. Was machst du? Ähm, Fressluft kann man. Das ist aber Fail-RP, ne? Ne. Das ist, das ist Fail-RP. Er ist so kacke. Oh, ne. Sie machen da aber Fail-RP, das wissen sie, ne? Ne, sie. Ich scheiße jetzt voll. Ist das ein Admin? Ist das ein Admin oder benutzt er Glitches? Er ist halt echt so dumm. Ich muss den aus der Safe Zone raustragen. Der ist hier in einer Safe Zone. Deswegen geht das nicht. Wo hab ich den jetzt hingetragen? Verdammt. Ich muss den aus der Safe Zone raustragen. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn aber. Oh, hier ist keine Safe Zone mehr. Oh, oh. Oh, oh. Achtung. Ey, das ist schon wieder dieser Vogel. Was ist denn ein Vogel? Scheiße, schon wieder dieser verrückte Vogel. Nein, lassen Sie das. Lassen Sie das. Der Vogel ist sehr gefährlich. Der nimmt doch zu weit die ganze Zeit. Ich, 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 ich. Ich nehme den Auto. Tschüss. Ja, alles gut. What the fuck, hä? Guck mal, wie ich da drin sitze. Oh, kann ich eigentlich, wenn ich jetzt Granaten kacke, landen die dann im Auto oder hinterm Auto? Die landen auf der Straße. Oha, geil. Ich weiß, was ich jetzt tue. Wo ist denn hier der Streamer? Hier ist irgendwo so ein Streamer vom Server. Wo chillt der denn? Im Bus. Der ist irgendwo noch im Bus. Nein, der ist auf der, der ist jetzt nicht mehr hier. Der ist nicht auf Kajo. Oh, oh. Der ist auf der Hauptinsel. Hä? Ah, ah, da war der Bus. Da, da ist er. Genau da. Ah! Aber wie fahren Sie denn? Wo haben Sie denn hier für was eingemacht, hm? Ich hab gar keinen Führerschein. Ich bin ein Vogel. Ich hab keinen. Ich bin ein Vogel. Sag mal, gucken Sie doch. Ich hab... Wir hauen ab, schlech, 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 schlech. Ab, ab, ab. Um Gottes willen, ist dieser Vogel von wohin? Später. Halten Sie an, Mercedes-Benz-Truck. Stopp, stopp. Hä? Kommen Sie mit. Kommen Sie rein. Hallo? Ja, setzen Sie sich drauf. Komm. Setz dich los. Wie geil ist das denn? Warte, warte, Don, komm mit. Nur einer. Tschüss. Oh mein Gott, wie geil. Gehen Sie weg. Tut mir leid, wegen vorhin auf der Insel. Hast du das? Nein. Weißt du, wer das war? Nein. Warte mal, ich hab vorhin auch einen Adler gesehen auf der Insel. Nein. Hast du was damit zu tun gehabt? Diese Eier kommen mir bekannt vor. Nein. Tschüss. Warte, ich komm jetzt wieder mit einem Laubgebläse. Das Laubgebläse ist wirklich super krass. Warte. Das sieht so scuffed aus. Ich kann damit nicht fahren. Ich will mit dem Laubgebläse. Juhu. Hallo. Hey, hey, hallo, Ali. Nehmen Sie mich mit. Ah, ah. Hallo. Helft mir, Jungs. Helft mir. Ich nehm Sie jetzt mit in mein Nest. Nest. Lass mich nicht los. Okay, ich lass dich fallen. Nein, nein, nicht hier, nicht hier. Ja, lass mich fallen. Nein, da hinten, aber nicht hier. Ah, da hinten. Ich weiß schon wo. Nein, 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 nein. Doch, doch, doch. Du machst einen großen Fehler. Nein, nein, bitte nicht. Ich kann nicht schwimmen. Nein. Mein Gott. Das hel plate. Ich kann nicht FC notieren. Ich kann nicht.